Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Preview von einem neuen Schiff, das bald, und damit meine ich sehr bald, im Spiel erscheinen wird. Und zwar am 4. Juli ist die Arizona, was wir hier vor uns haben, nämlich käuflich erwerbbar, also haben wir da nicht lange drauf zu warten. Die Arizona ist ein Tier 6 Schlachtschiff der Amerikaner, in dem Fall ein Premium-Schiff, und natürlich wollen wir da wissen, was kann denn das Biest so. Verbrauchsmaterial, natürlich Reperturmannschaft und Aufklärer, das ist das, was man am Start haben kann. Verbesserungen, sind diese möglich? Ich überfliege die einfach mal nur, dass ihr wisst, was kann man denn da so machen? Tarnung, das Äußere, natürlich auch immer eine Frage. Erstmal bauen wir da aus. So schaut das Schiff komplett ohne Tarnung aus. Die blaue Tumor natürlich wieder rein. Dann gibt es hier Typ 1, Typ 2, Typ 5, oder natürlich Typ 6, dann hier das dickstmögliche. Jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, schöne Werte, aber was kann denn das Schiff überhaupt so? Wir haben 356 Millimeter, Ladezeit 35 Sekunden, 60 Sekunden für 180 Gradkärre, also da sehr, sehr lange. HE-Granatenhöchstschaden 5000 und AP-Granatenhöchstschaden 10.300. 57.200 Trefferpunkthammer, Panzerung 25 bis 343 Millimeter, Haupttürme 4 Stück, Sekundärgeschütztürme 18 Stück und Flaklaffetten 20. Reichweite ist 16 Kilometer und wir haben 35.000 PS, was uns 21 Knoten Höchstgeschwindigkeit bringt. Torpedoschutzverringerung 37 Prozent, Hauptbatterie, da haben wir schon gesehen, 4 mal 3. Das sind vorne jeweils zwei Türme und hinten nochmal genau das gleiche, die Sekundärbewaffnung und eben die 16 Kilometer Feuerreichweite. Zur Hauptbatterie sollte man vielleicht noch sagen, Brandwahrscheinlichkeit nach HE-Granatenpreffer 30 Prozent, das ist sehr beachtlich. Und man sieht natürlich auch die Granatengeschwindigkeit 792 Meter pro Sekunde von AP und von Sprenggranaten 834 Meter. Flugabwehr ist okay, würde ich mal sagen, aber da kann man natürlich noch ein bisschen daran fallen. Höchstgeschwindigkeit 21 Knoten, schon gesagt, Wendekreis 640 Meter und die Ruderstellzeit 14,6 Sekunden. Die Verborgenheit natürlich eher so ein Thema, was nicht unbedingt ein Schlachtschiff interessiert, aber eine Kennbarkeitsreichweite aus dem Wasser mit 14 Kilometer und aus der Luft mit 11,1. Das waren jetzt mal die Hard Facts, aber jetzt schauen wir uns das Schiff auch im Spiel an und sehen, was das so austeilen kann. Und da sind wir jetzt also auch schon im Spiel und sehen hier das Schiff selbst in Aktion und ich lade gleich mal auf AP-Granaten. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dieses Schiff ist wirklich langsam, wirklich träge, aber dafür sehr gut gepanzert. Man sollte nur von Beginn an wissen, wo will man denn hin und was will man überhaupt machen. Weil einfach mal schnell so umsetzen bzw. einfach mal umaimen ist einfach so gut wie nicht drin. Also ihr seht, wie langsam da die Tür mit drehen. Hier mit knapp 16 Kilometer. Allerdings, die kommen dann schon in 9 Sekunden an die Granaten. Das ist sehr flink. Und jetzt hoffen wir natürlich nur, dass sich die beiden Flugzeugträger nicht allzu sehr für mich interessieren, weil das könnte eher unschön enden. So, wir warten einfach mal, bis wir die ersten Gegner offen haben. Da hinten, aber die sind noch sehr weit für uns entfernt. Mogami macht es sich da hinter der Insel gemütlich. So, und jetzt kommen da die ersten Bomber. Aber noch zu weit weg, dass da jetzt gerade die Flux helfen können. Atago. So, Semibald in Reichweite. Und Miyoko da das gleiche. Deswegen jetzt wollte ich gerade beidrehen, aber ich werde doch diesen extrem schwerfälligen Pot wieder so bewegen, dass ich da hoffentlich gleich wieder das Schiff aufgemacht bekomme und dass ich dann auch schießen kann. So, aber da drüben erst mal nichts mehr zu sehen. Und, wie gesagt, also das ist wirklich was für große Liebhaber der Schlachtschiff-Reihe. Denn wirklich mobil ist man damit definitiv nicht. Nagato. Da wollte er mich nicht passieren lassen. Aber, das ist halb so wild. Noch haben wir ja hier keine Situation, die das jetzt eher erschweren würde. Ganz im Gegenteil. Gerade passiert eh gesehen nicht viel. Da ist auch mal so schön, wenn das Nebelhorn mal ein bisschen um sich trötet. Flugzeuge machen auch kein Auf. Also, gerade ist das eine sehr ruhige Veranstaltung. Alles nicht, was ich erreichen kann. Und jetzt haben wir die Miyoko. Schüsse sind in der Luft. Aber, nur einer geht da in sein Ziel leider. Und jetzt werde ich auch nicht mehr so weiter meine Breitseite offenbaren. Vielleicht hier auf die Erober. Dreht aber gerade doof rein. Dann nehme ich doch eher mal die Tierpitz. Schüsse selber sind recht genau. Genau mögen sie zwar sein, aber da muss ich halt auch noch treffen, gell? So, die Tierpitz ist mal weg. Und ich werde jetzt hier mal den direkteren Weg suchen. Da haut schon auf jeden Fall mal die Independence ab. Dann muss ich mal die aufpassen. Da kommt die Insel. Und auch das kann natürlich ein Hindernis am Ende des Tages werden. So, mal schauen, was da auf die Independence jetzt so passiert. Und jetzt ist natürlich auch da das Hindernis. Das war ein sehr satter Treffer. Und das Hindernis, wenn man natürlich Richtung Flugzeugträger geht, dann kommen natürlich dementsprechend auch gerne mal die Flugzeuge mit den bösen Torpedos. Und hier jetzt fährt der außerhalb meiner Reichweite. Aber da haben wir ja noch den nächsten. Jetzt brauche ich nur so meine Kanonen mal am Start. Man hätte jetzt natürlich übrigens auch klar das Aufklärungsflugzeug nehmen können, um da besser drauf zu kommen, beziehungsweise drauf zu schießen. Ich muss aber allerdings sagen, ich mag die Ansicht so absolut gar nicht. Deswegen versuche ich die so gut als möglich nicht zu nutzen. So, die Erober jetzt ein mögliches Ziel. Und die scheint auch sich nicht so schnell fortzubewegen. Und deswegen gibt es hier auch nochmal einen schönen Treffer. Und jetzt mal schauen, dass auch meine Flaks hier ordentlich drauf kommen. Aber das schaut schon sehr gut aus. So, jetzt auf die Erober dann da wieder. Und mal schauen, was da jetzt so passiert mit der. Könnten tendenziell ganz gut kommen. Ersten Treffen und dann die Zitadelle. Macht sie weg. Also genau ist er. An den Werten wurde mir auch von Wargaming gesagt, es soll nichts mehr verändert werden. Also die soll so bleiben, wie wir sie jetzt hier auch erleben. Stark auf die Insel drauf gedreht. Wollte ich unbedingt noch die Schüsse rausbekommen, aber hat man gesehen, hätte ich vielleicht nicht so erzwingen sollen, müssen dürfen. Aber wir behalten ja einiges aus. Das ist schon sehr beachtlich. Ich glaube, da müsste einer treffen. Aber halb so wild der Schaden, kein Wassereinbruch. Alles gut. So, die Colorado, die kommt da für jetzt aber immer näher. Und dann schauen wir mal, was da jetzt so passiert mit der im Fight. Jetzt kann man auch mal reparieren. Gut in Nema-Qualitäten hat hier die Arizona. Und hier der Feuer wird natürlich sofort gelöscht. Und da brenne ich jetzt wieder, aber durch die Reparatur ist auch der Brand wieder erfolgreich vereitelt. Jetzt werden die Sekundären auch noch aktiv. Der ist erstmal zerstört. So, und jetzt muss die Atago da mal langsam weg. Und da hat es das letzte Schiff, das letzte Flugzeug auch dahin gesiegt. So, wir sind jetzt hier im Cap. Ich werde mal eher Richtung Miyoko fahren, weil die kreuzt meinen Weg da deutlich besser, als das die Atago tut. Und jetzt hilft es leider nichts. Jetzt muss ich doch mit dem ungeliebten Aufklärer schießen. So, und die Schüsse. Ah, landen alle ein bisschen zu weit weg. Oh, Ranger. Das ist ein schönes Ziel jetzt. Ich brauche nur meine Granaten wieder am Start. So, ja, schöner Eintreffer, aber der macht halt dann auch Schaden. Der Atago, dafür, dass er eigentlich hier deutlich mehr reißen sollte mit ihrem Tier 8, macht hier echt nicht viel gegen mich. Sehr erstaunlich, was das Schiff für Nehmerqualitäten hat. Und die könnten gut kommen und mit der nächsten Salbe sind sie dann auch schon weg. Und wir sehen das Ticketsystem beziehungsweise die Tickets sind ganz klar auf unserer Seite. Und hier jetzt die Atago, die haut hier ab. Leider hinter die Insel, da komme ich nicht drauf, deswegen versuche ich noch der Miyoko so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Keine Chance. Aber mit dem Schiff kann man halt alles nur kein Gegner verfolgen. Also da muss man seine Stiefel wirklich ganz knallhart durchspielen und einfach von der Panzerung auch gewissermaßen leben. Man sieht ja jetzt auch wieder gut, die Miyoko haut da Richtung Kartenende ab, aber wir kommen und kommen einfach nicht näher. Ganz im Gegenteil. Und auch wenn wir jetzt in dem Gefecht, wenn es leider zwischenzeitlich einfach ein bisschen langweilig war, wir hatten aber einen superschönen Hit gesehen, wir haben gesehen, dass die was einstecken kann, man hat natürlich auch die Langsamkeit gesehen, man hat also alles glaube ich gesehen, was dem Schiff gut tut. Das ist ganz klar die Kanonen. Man hat aber auch gesehen, was dem Schiff schlecht oder was natürlich nicht da ist und das ist das Thema Manövrierfähigkeit. Also ich glaube, finde Preview sehr vernünftig in der Form, dass man weiß, sollte ich mir das Schiff kaufen oder nicht. Vielleicht ein kleines Fazit von mir an der Stelle, können wir ja jetzt auch ziehen. Ich würde sagen, für Schlachtschiff-Kapitäne, die eher so auf die Dreadnoughts stehen, das heißt die schweren Jungs, die auch was einstecken können, ganz klar ein Ja. Wer aber natürlich sagt, nee, er ist eher mit den kleinen, schnellen Schiffen befreundet, der sollte dann vielleicht hier die Finger von lassen. Der wird damit am Ende des Tages nicht glücklich. So, jetzt ist auch die Runde beendet. Man sieht hier auch jetzt gut die Credit-Ausbeute, wir haben 71.000 Schaden gemacht, 243.000 gab es raus. in der Teamwertung sind wir auf einen sehr guten dritten Platz gefahren und haben doch ein paar der Flugzeuge runterholen können und natürlich der dicke Hit war hier auf die Independence und so gesehen, glaube ich, war es eine sehr ordentliche Runde. Ja, ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.